Okay du nimmst den ersten, ich nehm den Zweitens OH! Ich wurde geportet! Ich wurde geportet! Ich hab einen getötet Warte auf mir, warte auf mich, ich komme da hin Ich komme da hin Born, 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 Born Von Foto auf Dでしょうelp~! MwmwbJoBρεikaner und herzlich willkommen zu Minecraft Rocklistiktage .. ..mit der Lobius Hallo Ich seh dich, ich seh dich Optifine upstairs Le ... äh rechts Rechts Ja, ja, genau da ACHTER! Hallo 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 Okay in die Mitte Du musst oben zu den Stand Da laufe ich echt schnell hin Versuch da dran zu kommen Dann habe ich vielleicht Schwein Schweinebill Oh, los Oh, nein, ich bin hängen geblieben Oh, ich habe zwei Schwerter Ich habe zwei Schwerter und Leder Ich habe Sachen, ich habe Sachen Wo bist du? Tor, Tor Ich habe, ich habe, ich habe Welches, was, wo, hier, hä? Ich habe einen Goldhelm Komm her Ich habe einen Holzschwert Ich habe einen Steinschwert Oh, geil Und zwei Steinschwert Holzschwerter Da ist ein Lucky Block Ich sehe schon Da ist ein Lucky Block Da ist Der geht mir Oh Gott Oh Gott Ich habe mich erschreckt Erstmal killen wie so ein Bekloppter Lass wir ein paar mitnehmen So, jetzt sind wir auf der richtigen Fährte Da hinten ist wieder ein Lucky Block Da sind Da sind mehrere Lucky Blocks Okay, du nimmst den ersten Ich nehme den zweiten Ich wurde geportet Ich wurde geportet Ich habe einen getötet Nein, nein Warte auf mir Warte auf mir Ich komme da hin Ich komme da hin Ich habe schon einen gekillt Ich bin hier oben drauf Okay Komm und du wieder runter Auf der Mauer bin ich Oh, Kuchen Super Ich habe den, der mit dir getauscht wurde Habe ich gekillt Ich bin so ein harter Ich bin auf der anderen Seite Ich bin auf der anderen Seite Du bist auf der anderen Seite Ja Okay, also den, wie gesagt Der getauscht wurde Ich bin froh darüber Ach, da drüben bist du Ich sehe dich, glaube ich Ich sehe deinen Namen Warte, ich komme rüber Ja, komm du rüber Ich hole mir dabei den Schwamm da oben Da bist du Shit Bist du auf der anderen Seite Basti Ich bin schon wieder Zu einem Spieler geportet worden Äh Ich weiß nicht, wo ich bin Auf alle Fälle Habe ich schon wieder Kegel gesnackt Das ist doch geil Und ich habe eine Truhe Und ein Steinschwert Oh yeah Oh yeah Oh yeah Aha Nein Die hat in dir Schwert gehabt Ich bin tot Ey, willst du mich rollen? Mir egal Mir so egal Nee Die kürzeste Runde ever Die kürzeste Runde ever Ich brech das nicht schon wieder ab Ich hab da keinen Bock drauf Die kürzeste Runde, Alter Es sind nur noch vier Spieler Es geht zum Deathmatch Theoretisch, oder? Wieso ist da nichts drin in der Truhe? Nee, es sind noch fünf Was ist es noch? Nee, es sind noch vier Eigentlich müssen Deathmatch starten oder nicht? Ja, das geht gleich los, denke ich mal Loll Kürzeste Runde ever Ja, aber echt Die hatten die ja Schwert gehabt, sagst du Hat noch nicht mal zwei Wie lange hat das genau? Zwei Minuten? Boah, das ist aber echt Dann hatte die echt Lack, Mann Was das angeht Guckst du mir eigentlich zu? Ja, bin hinter dir Oh, ich hab einen Bogen Aber ich hab keine Pfeile Ich hatte Pfeile Schön, dass du Pfeile hattest Freut mich Wie kann ich denn diesen Scheiß Schwamm nicht? Ach, das ist ein Fake Hinter dir ist ein Schwamm 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 Genau da Ich bin schneller Oh, jetzt geht's los Die ja Schwert Alle haben sie ein Die ja Schwert Oh Gott Scheiße Hinter dir Scheiße Hau ihn um, hau ihn um Wegrennen bringt nix Wegrennen bringt nix Dreh um Ich hab nur zwei Leben Ich hab nur zwei Leben Er verkürzt Oh Gott, ich bin tot Er verkürzt Dein Arsch Na gut, das war's für die Folge Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao, Leute Ja 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 das ist gonna do hawskis Women void Bis zum nächsten Mal.